Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 35.500 US-Dollar. Wir haben einen ordentlichen Dump bekommen. Wir sind in der Spitze bis auf 34.800 US-Dollar runtergefallen. Das ist jetzt im Endeffekt dadurch passiert, wir haben unseren Support verloren, wir haben das Golden Pocket verloren, wir haben eine Wig gefüllt und sind dann auch noch drunter geblieben. Und durch diesen gesamten Anstieg, den wir jetzt hatten mit sehr, sehr viel Volumen, der immer wieder durch Short-Positionen natürlich auch nach oben hin immer weiter geballert wurde, ist es dann so rasant nach unten hingegangen. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Support gefunden, ob es trotzdem noch Hoffnung gibt, dass wir hier weiter steigen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Was natürlich auch die Position macht bei Ethereum und möglicherweise eine neue Long-Position bei Bitcoin, auch das werden wir uns anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und gestern gab es noch ein kleines Kass-Video, also schaut euch das natürlich gerne an. So, dann gehen wir aber direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, 35.500 US-Dollar mit dem WIG hier auf 34.800 US-Dollar. Es wurden gestern eine Menge Long-Positionen da rausgespült. Natürlich, weil wir einmal hier das Golden Pocket hatten, wo durchbrochen wurde. Diesen ewig langen WIG, der sehr, sehr viel Volumen immer noch geboten hat. Und natürlich hier unten diese Ineffizienz, die jetzt auch gefüllt wurde, beziehungsweise wo wir uns die Liquidität rausgesammelt hatten. Wenn wir uns das mal das Open Interest angucken, auch sehr, sehr interessant, können wir sehen, dass wir hier knapp eine Milliarde an Long-Positionen rausgespült haben, also an Open Interest rausgespült haben. Sehr, sehr interessante Grafik. Da sieht man auch mal, wie viel Kapital im Endeffekt durch diesen Dump hier wieder aus dem Markt gespült wurde, beziehungsweise wie viele Long-Positionen und auf was für einer Waage dieser Pump hier wiederum aufgebaut wurde. Das einzige Positive ist, und ihr seht das jetzt wahrscheinlich hier schon, wir befinden uns immer noch auf diesem Abtrend. Wir hatten zwar einen kurzen Close darunter, konnten uns aber hier wieder fangen. Das ist momentan das Einzige, was hier relativ bullish aussieht. Und wenn wir mal hier im 4-Stunden-Timeframe reingucken, sehen wir auch, okay, Abtrend an sich ist noch intakt. Wir haben kein tieferes Tief hier zumindest, also unter der Marke von 34.500 US-Dollar gebildet. Und wir haben einen niedrigeren RSI. Das heißt, wir hätten grundsätzlich, wenn wir uns das jetzt mal hier so grob einzeichnen, können wir sagen, okay, wir haben eine Hidden Bullish Divergence. Grundsätzlich sehr, sehr bullish, was der Chart hier uns immer noch bietet. Also wir sollten jetzt noch nicht hier komplett in Panik verfallen. Und wenn wir hier eben diese Wigs verbinden, sehen wir auch, okay, wir haben uns auf dem 4-Stunden-Timeframe immer noch über diesen Abtrend gehalten. Nur dieser lange Wig, der muss ich ehrlicherweise sagen, stört mich richtig. Was hat möglicherweise zu diesem Dump geführt? Eigentlich, die News könne es nicht sein, weil die News gestern, völlig überraschend, ich habe im Wochenausbild gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir unbedingt fallende Verbraucherpreise sehen. Aber es war so, die Verbraucherpreise sind gefallen. Und zwar um 0,1%. Was BTC überhaupt nicht gejuckt hat. Bitcoin ist komplett nach unten hingedammt aufgrund der News. Und wenn wir uns dann jetzt einfach mal die Stockmärkte angucken, Dow Jones skyrocketing komplett hier, das Golden Pocket nach oben hindurchbrochen, Nasdaq komplett nach oben hindurchbrochen, S&P 500 komplett nach oben hindurchbrochen und auch Gold am Pumpen und unser Ziel noch nicht ganz erreicht. Also ganz, ganz komischer Tag. Gestern in den Märkten Bitcoin-Dump, die Stockmärkte pumpen ohne Ende. Trotzdem, wie gesagt, dieser Dump ist jetzt nicht dafür gedacht, dass wir jetzt sagen, okay, es ist alles verloren, wir gehen wieder in den Bärenmarkt. Da hat man gestern, ich glaube, Ben hat es, glaube ich, gestern mal ganz kurz in der Telegram-Gruppe geschrieben. Ist auch völlig egal. Aber wir sind jetzt nicht unbedingt jetzt wieder deswegen mehr in einem Bärenmarkt. Ganz normale Korrektur. Open Interest rausgespült. Und eben die signifikanten Level jetzt erst einmal erreicht. Natürlich haben wir hier unten immer noch dieses riesige, riesige Gap. Meiner Meinung nach, was früher oder später noch gefüllt werden sollte, muss aber auch nicht unbedingt jetzt sein. Wir haben einen RSI, der relativ tief ist. Wenn wir nochmal in den 1-Stunden-Timeframe reingehen, kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns diesen WIG hier möglicherweise noch im Laufe des Tages holen. Wir könnten sogar nochmal Richtung 34.400 US-Dollar. Ist alles nicht das Problem. Wichtig wird dann der Bereich hier oben um 36.200 US-Dollar. Dort, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz das Fit-Level ziehen, von unserem letzten Hoch bis zu unserem Tief, können wir sehen, dass sich hier das Golden Pocket eben in dieser Nähe befindet mit diesem 0786er auch. Sollten wir hier zurückgewiesen werden, dann ist die Chance natürlich sehr, sehr hoch, dass wir hier locker nochmal Richtung 33.000 US-Dollar zurückfallen oder sogar Richtung 30.000 US-Dollar. Deswegen, ich werde wahrscheinlich dann longmäßig hier unten aktiv werden zwischen 34.800 und 34.500 US-Dollar. Nochmal eine kleine Long-Position probieren mit einem Stop-Loss auf jeden Fall unter diesen Tiefs hier. Das wäre ein Risk von 1,1% ist absolut in Ordnung meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, nach oben hin haben wir dann wiederum erstens das Ziel hier, das Golden Pocket mit 4% oder dann sogar in Richtung 40.000 bei 15 bis 16%. Also, das wird das nächste Setup sein, auf jeden Fall im Laufe des Tages ist es auch die einzige Möglichkeit, die ich derzeit noch sehe, die Bitcoin hat, hier wirklich auf die Marke von 38.000 US-Dollar zu steigen. Ansonsten tut sich hier weiterhin sehr, sehr wenig. Newsklage, vielleicht heute noch interessant, Mittwoch. Was steht an heute um 14.30 Uhr? Wir haben die Erzeugerpreise, die sehr, sehr wichtig sind und das war es dann aber auch. Aber da sollten wir ein Auge drauf werfen, um 14.30 Uhr auf die Erzeugerpreise. Und ansonsten, gehen wir nochmal rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Auch hier, wir haben leider, ich habe es gestern nochmal in der Telegram-Gruppe reingeschrieben, Long-Position war bei 2040 eröffnet mit dem Stop-Loss bei 2000. Ja, Stop-Loss war relativ gut gewählt, wir sind komplett nach unten hin gedammt und haben hier auch noch nicht mal diese Ineffizienz komplett aufgefüllt. Heißt für uns, auch hier gehe ich eher davon aus, dass wir hier nochmal eben in diesem Bereich hier runterkommen. Wir können uns mal die blaue Linie hier ziehen in diesem Bereich. Diese Marke hier unten von 1930 wäre in den nächsten Stunden sehr, sehr interessant, wenn wir uns hier nochmal runterkommen, die Liquidität holen und dann wirklich einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Das Symmetrical Triangle können wir jetzt erstmal wegmachen. Auch die grüne Box mit dem Support können wir erstmal vergessen. Die impulsive Bewegung nach oben hin ist jetzt erstmal gestoppt worden. Trotzdem, es ist noch nicht alles verloren. Wie gesagt, die Liquidität liegt hier zwischen dem Bereich 1905 und 1930. Auch hier wäre dann eine neue Long-Position möglich. Auch aufgrund, ihr seht hier das extrem, wirklich extrem hohe Handelsvolumen, was wir hier noch haben, unter diesem Tief. Das heißt, die könnte noch sehr, sehr viel liquidiert werden in den nächsten Stunden. Und wenn wir uns das mal ganz kurz das Setup angucken würden, würde das bis ungefähr 1,64% betragen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier diese Tiefs nochmal sehen, genauso wie bei Bitcoin, ist sehr, sehr wahrscheinlich im Laufe des Tages. Und vielleicht bringen uns dann möglicherweise die Erzeugerpreise sogar dazu, dass wir hier einen möglichen Pump nach oben hin sehen könnten. Gerne mal eure Meinung dazu in den Chat unten reinschreiben. Was denkt ihr, wie Bitcoin sich jetzt verhält und Ethereum natürlich auch? Sehen wir einen weiteren Pump, sehen wir einen weiteren Dump, nachdem jetzt wirklich eine enorm hohe Anzahl an Open Interest hier aus dem Markt gespült würde. Würde mich gerne mal eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Ansonsten Stockmärkte etc. bleibe ich erstmal ein bisschen Seitenlinie. Das ist mir zu viel gepumpt, was hier momentan abgeht. Sollten die Erzeugerpreise jetzt heute auch noch einmal fallen, dann, ganz ehrlich, dann steigen die Stockmärkte nur noch mehr. Und da jetzt irgendwie ein Short aufbiegen und brechen zu machen, erstmal ein bisschen in Ruhe abwarten, was hier weiter vonstande geht. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Später kommt vielleicht noch ein kleines Altcoin-Update-Video, aber ich denke, ihr seid gut versorgt mit Kass. Solana etc. pp. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann wahrscheinlich nochmal später wieder und ansonsten dann morgen früh zum Update. Bis dahin, wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen und ja, like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und ciao, ciao.